Das Cripstar Stollensystem ab sofort erhältlich bei unseren Händlern. Das mehrteilige Stollenset mit völlig neuer Geometrie für perfekt Crip auf rutschigen Böden. Die hochwertige Alu-Stahlkombination minimiert den Abtrieb und garantiert gleichbleibenden Halt für mehrere Saisons. Das Stollensystem ermöglicht die Einstellung unterschiedlicher Stollenhöhen zur individuellen Anpassung. Perfekte Traktion, lange Lebensdauer, reduziertes Druckempfinden und maximale Flexibilität. Das Cripstar Stollensystem ab sofort bei unseren Händlern.